Hey Internet, zurück bei der Witcher 2. Der Schlüssel passte nicht zu dem Ort, den ich im letzten Part meinte. Ich konnte damit nicht öffnen und jetzt gehe ich erst einmal zu Drosten, Cecil Burden. Burden. Bist du in deinem Haus, Gott sei Dank. Und erzähl ihm davon. Vielleicht bekommen wir von ihm was. Hey, 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 hey! Ich zeige Baltimors Brief, okay. Ja, dann, ne? Den Göttern sei Dank! Das sind ja die Aufzeichnungen von Meister Baltimore. Wo hast du die denn her? Er hatte eine Schatzkammer in der Nähe des Trolllagers. Der neue Runenmeister Thorak ist übrigens tot, ebenso zwei seiner Gesellen. Was sagst du da? Was ist passiert? Baltimore starb durch die Hand Thoraks. In den Notizen findest du Beweise für seine Schuld. Danke, Hexer. Nimm diesen Lohn für deine Mühe. Es ist nicht viel. Es wird nicht teurer kommen, meinen neuen Runenmeister einzuberufen und ihm eine Ausrüstung zu stellen. Neue Questfahrt, wie? Neue Questfahrt, ja. Questfahrt abgeschlossen. Dankeschön, das wollte ich hören. Oh, bist du überlastet. Was hast du mir denn gegeben? Das ist die Belohnung. Die ist sexy. 30 bis 40. Vitalität plus 20. Lehmen und Bluten. Oh, endlich. Und drei. Okay, gut, gut, gut. Gott sei Dank. Halleluja, ich bin so glücklich. Es lohnt sich. Gewürr. So. Aufwertungen. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Runde der Erde. Z plus 25. Selten. Gut. Zwei habe ich. Gut, gut. Runde der Sonne. Gut, gut. Das ist nur mit dem Wirkungs-Zack-Prak-Tack. Und Runde des Mondes habe ich noch. Okay, dann nehmen wir... Ich weiß nicht. Aber ich brauche mehr Silber als Stahlschwert. Okay, ich nehme... Ja, ist egal. Komm. Okay, gut, gut, gut. Runde der Erde haben wir. Runde der Sonne. Schaden. Ich habe noch immer kein besseres Silberschwert. Das ist jetzt endlich mal brauchbar, aber Silberschwert habe ich noch keins. Vielleicht finde ich da... Da müsste ich doch was Besseres kriegen mal, oder? Und sonst kann ich hier... eh nichts machen. Ich könnte das noch so zugeben, da habe ich eh drei. Aber Zeichenschaden interessiert mich. Einäscherung auf fünf Prozent. Vier habe ich. Okay, gib mir das. Dazu. Und gib mir die noch für das hier. Okay, gut, gut, gut. Habe ich noch immer zwei. Alright. Gut. 312. Ich bin überlastet. Zeig mir mal... Oho, das sieht gut aus. Ich weiß, dass ich überlastet bin. Das ist doch nichts dagegen, wenn ich hier mal kurz den Zusehern... ...das Ding zeige. Ich sehe hier nichts. Okay. Aber es sieht verdammt gut aus. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich muss es nur bis zum Handwerker schaffen. Zum Schmied oder... Okay, hier sehe ich es besser. Aha! Da sind meine zwei Aufwertungen hier oben, oder wie? Okay, gut, 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 gut. Dankeschön. Wo war denn der? Dort oben war es das nicht. Wie jetzt? Jetzt wird es dunkler auch noch. Okay, lass mich zum... Oh Gott! Das ist spannend, YouTube. Ich weiß. Tja, ja. Spannend. Hier oben ist er. Hier oben ist er. Ich muss es nur bis dorthin. Fick nicht, du bist weg, weil es jetzt Nacht ist. Oh Mann. Komm, sperr auf den Laden. Bist du hier? Bist du hier? Du bist hier, Gott. Ich... Hey. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Mach das. Stelle einen Gegenstand. Habe ich was Neues? Ha. Nein. Habe ich nichts. Hey, bleib hier. Du sollst... Schau dir meine... Verkaufen. Exzellentes. Wieso kann ich das jetzt... Achso, ja. Hier, weg damit mit dem Dreck. Und das hier... Äh, auch weg. Danke. Rüstungen. Lange Hachosnitten... Weg damit. Kräuter-Hachosnitten... Wurst. Ist mir Wurst. Ihr habt richtig gehört, YouTube. Es ist mir Wurst. Die benutze ich hier nie. Weg damit. Weg damit. Bomben. Vielleicht irgendwann mal wieder... Motogene. Äh, episch. Macht. Kleines Motogen. Weg damit. Vitalität. Weg damit. Äh. Was ist Macht? Eins. Weg damit. Eins. 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 Okay. Pano 1. Alchemie. Und Handwerk. Und... Kann ich die verkaufen eigentlich? Oh, das hat ja kaum... Ne, okay. Das Schema. Weg. Quest-Gegenstände kannst du nicht verkaufen. Kann ich's wegschmeißen? Ach, das ist nur noch verkaufen. Okay. Für Necker und Trolle. Pächter, Schellkraut. Hat kein Gewicht. Oh mein Gott. Jub, jub. Was hat denn hier so viel Gewicht? Eisenherz. Eisenerz. Schau dir mein... Dann... Ich möchte... Nein, das möchte ich nicht. Schau dir mein... Gegenstand für mich hier. Und zwar mach hier, was brauch ich denn? Kannst du das herstellen? Äh... Schwert aus Rotem. Nee! Öl. Gärtetes Leder. Okay. Dann... Nochmal. Und hab schon nichts mehr. Super. Solides Tuch. Gib mir das. Und hab schon nichts mehr. Wunderbar. Wird immer besser. Wird immer besser. Aber so verliere ich Gewicht. Das ist gut. Hey, die Jägersrüstung. Kann ich nicht verkaufen, richtig? Naja, immerhin... Bin ich jetzt um etwas leichter. Ich weiß noch immer nicht, wozu dieser verdammte Schlüssel passt. Das nervt mich. Vielleicht können die mir das an YouTube. Bis dahin bin ich schon ein paar Parts weiter. Und wir sehen uns im Nächsten. Und dann machen wir... Kann ich euch das jetzt schon sagen, was wir machen? Ah, mit Triss, oder? Oder das Symbol des Hasses. Oder Triss. Du bist doch hier. Jetzt machen wir das richtig mit Triss. Okay. Flipper! Diesmal... Ich bin...